Ja, herzlich willkommen zu meinem Vortrag Docs as Code. Hat den irgendwer schon gesehen auf der JavaLand oder so? Hand hoch? Ah, zwei, okay. Dann bin ich gespannt, ob da genügend Variation drin ist, dass es nochmal interessant wird. Fangen wir mal an mit der Problemstellung. Es gab mal eine nette Umfrage bezüglich Open Source, was so das Hauptproblem ist, Open Source Software einzusetzen. Und die Hauptantwort war, incomplete or confusing documentation ist das Hauptproblem. Und das kann man sich eigentlich, denke ich, leicht vorstellen, wenn man keine Dokumentation hat, dann findet man das Projekt erstmal gar nicht. Wenn die Dokumentation schlecht ist und man zu lange braucht, um irgendwie eine Library einzusetzen oder so, dann gibt man es relativ schnell auf. Das kann man auch auf Software im Unternehmen, auf Closed Source, übersetzen. Wenn ich schlechte Dokumentation habe, dann kann ich die Software eigentlich nur im eigenen Team nutzen und der Wiederverwendungsgrad fällt dementsprechend niedrig aus. Mein Name ist Ralf Müller. Ich arbeite bei der DB Systel als Architekt. Webtechnologien, Qualität, Produktivität, Prozessoptimierung. Und in meiner Freizeit habe ich irgendwann mal angefangen, ein Open Source Projekt aufzumachen, was sich mit Dokumentation beschäftigt und habe mich sehr viel mit ARK 42 beschäftigt. Also Dokumentation von Systemarchitekturen. Und darüber werde ich jetzt gleich ein bisschen was erzählen. An dieser Stelle erwähne ich immer auch ganz gern nochmal Gernot Starke, weil er über das ARK 42 Template und eben auch über die Zusammenarbeit an DocToolchain und meinem Open Source Projekt und wir haben viele Artikel gemeinsam geschrieben, viele der Ideen hier beigesteuert hat. Innerhalb der nächsten 60 Minuten, ich hoffe, ich halte mich an die 60 Minuten, werde ich ein bisschen was zu ARK 42 erzählen, also Dokumentation von Systemarchitekturen, Docs-Like-Code oder Docs-S-Code. Die einen sagen Docs-Like-Code, die anderen ich vor allem Docs-S-Code. Diesen Ansatz, wie ich mit Dokumentation als Entwickler umgehen kann. Ich werde einige Features bringen, die ich relativ häufig einsetze, die auch schon recht weit verbreitet sind. Ich werde aber auch ein paar experimentelle Features vorstellen und mir geht es hier vor allem um das Mindset, was ich damit rüberbringen will. Es ist nicht unbedingt die Silver Bullet dabei. Also wenn ihr zum Beispiel Maven verwendet, ich verwende immer Gradle, dann ist hier nicht wirklich die vorgefertigte Lösung in dem Vortrag, aber man kann das alles eben übertragen. Settings are seen. Stellt euch vor, ihr habt ein großes Projekt, ein gewachsenes Projekt und das hat auch eine gewachsene Architekturdokumentation. Und wenn man sich solche Diagramme anguckt, dann merkt man schon, da waren viele unterschiedliche Leute dran, die in unterschiedlicher Art und Weise dokumentiert haben. Und jetzt stellen wir uns vor, wir sind Solution Architekt und sind für dieses Projekt zuständig. Wir übernehmen das und wir haben einen starken technischen Background und haben jetzt eben die Aufgabe, diese Architektur weiterzuentwickeln, die Dokumentation zu pflegen. Aber als Architekt habe ich auch vor allem die Aufgabe, die Architektur zu kommunizieren, allen anderen Projektbeteiligten zu erklären. Das so als Ausgangslage, das ist recht wichtig, weil unterschiedliche Dokumentationen, unterschiedliche Tools benötigt. Und bei Architekturdokumentation durch die Diagramme habe ich dann nochmal ein bisschen Spezialfall. Hand hoch, wer kennt ARK 42 schon? Ja, ich würde sagen, das ist mehr als die Hälfte. Sehr gut, sehr gut. Dann brauche ich nicht ganz so viel darüber zu erzählen. ARK 42 ist ein Template für Systemdokumentation, Systemarchitektur. Das ist das Template im deutschsprachigen Raum eigentlich. Peter Ruschka und Gernot Starke haben sich irgendwann überlegt, in jedem Projekt die Struktur für eine Architekturdokumentation neu aufsetzen. Das muss nicht sein. Das kann man einmal machen, kann das Ganze als Open Source rausbringen und als Best Practice und dann kann man es eben immer wieder verwenden. Und dieses Template ist halt wirklich im deutschsprachigen Raum, ich kenne nichts Vergleichbares. Mittlerweile ist es in vier Sprachen verfügbar. Das ist total klasse, wenn die Community dieses Template irgendwie aufnimmt und auf einmal ein Pull-Request reinkommt. Hallo, ich habe hier eine russische Übersetzung. Dann haben wir auf einmal das Problem, dass wir überlegen müssen, wie können wir die jetzt validieren, dass da nicht Mist drin steht. Aber auch das hat geklappt und somit haben wir das Template jetzt in vier Sprachen. In über neun Formaten ist es verfügbar. Und das ist echt klasse. Also egal, ob ich jetzt mit Word Confluence oder Markdown arbeiten möchte oder sonst irgendwas, ich finde es in jedem Format eigentlich. Wichtig ist, dass der Dokumentation eine einheitliche Struktur gibt. Wenn ich so eine ARC 42 Dokumentation vorfinde, dann weiß ich, in Kapitel 9 sind die Design Decisions. Und ich habe Hilfestellungen und ich habe jede Menge Dokumentation dazu. Ich habe, es gibt auf LeanPub ein Buch, da sind ich glaube sechs Beispiele für so eine Architekturdokumentation drin. Es gibt ein FAQ, es gibt extra Dokumentationen noch. Dadurch kriegt man auch bei der Dokumentation einen gewissen Qualitätslevel, einen gleichbleibenden Qualitätslevel hin, wenn man sich eben an solchen Beispielen orientieren kann. Wichtig bei dem Template, Template hört sich immer so ein bisschen nach Formular an. Formular ausfüllen und dann habe ich es dokumentiert. Was ich bei Gernot immer mitgenommen habe, ist, er möchte es nicht als Formular sehen, er möchte es eher als Kleiderschrank sehen. Beim Kleiderschrank weiß ich, wenn ich einen Hut habe, dann sortiere ich den oben rein, Schuhe unten und einen Mantel hänge ich eben auf die Stange. Und genauso ist es bei dem ARC 42 Template. Anfangs werde ich mich daran orientieren, gucken, was gibt es dafür, Kapitel, was kann ich da ausfüllen und werde sowas wie Requirements und Goals und Constraints schon dokumentieren. Aber der Rest des Templates dient eigentlich dafür, dass man weiß, wenn man in einem Projekt an eine Stelle kommt, wo man etwas dokumentieren möchte, wo man es dokumentiert, dass es wieder auffindbar ist. Das ist bei Dokumentation ganz wichtig. Es wird einiges dokumentiert. Es wird nicht so viel wiedergefunden im Projekt. Jetzt nochmal zurückversetzt in die Situation des Architekten von vorhin, der dieses Projekt vorfindet. Und meistens ist Microsoft Word so der etablierte Standard in so einem Projekt. Wer dokumentiert gern mit Word? Hand hoch. Ich sehe keine einzige Hand. Sehr gut. Wenn ich einen technischen... Üble? Das ist eine andere Frage. Wer muss mit Word dokumentieren? Wenn ich einen technischen Background habe und eine technische Rolle in einem Projekt habe, dann arbeite ich eigentlich mit einer IDE oder zumindest einem Code-Editor. und auf Word rüber zu switchen, bedeutet immer ein Kontextwechsel. Das ist immer ein Problem und deswegen mache ich es dann nicht gerne und dann dokumentiere ich nicht gerne. Deswegen ist es eigentlich immer ganz gut, wenn man diesen Kontextwechsel vermeiden kann. Ein Wiki ist... Technisch liegt es einem schon etwas mehr. Man hat nicht diese Formatierung, dass man darauf achten muss, jetzt ist die Tabelle wieder auf die zweite Seite gerutscht. Wie kann ich die wieder auf die andere Seite holen? Weil man eben nicht dieses Layouting hat. Und ich will jetzt zeigen, wie man eben rein textuell dokumentieren kann und eben die Dokumentation im normalen Code-Editor pflegen kann. Deswegen entscheidet sich unser Architekt hier jetzt auch für ein rein textuelles Format. In dem Fall ASCII-Doc. Das möchte ich jetzt vorstellen. Kurz noch zum Arch-42-Template, wie das so aufgebaut ist. Die Hilfestellungen, die da drin sind. Ich finde sie echt klasse. Wenn man das Template schon kennt, dann empfindet man sie unter Umständen als nervig, weil man sie immer wieder rausschmeißen muss. Man kennt es ja schon. Aber man hat jetzt nicht nur in dem Template eine Struktur, dass man Kapitel vorgegeben hat und Abschnitte, sondern in jedem Abschnitt gibt es eine Beschreibung, was an Inhalt in diesen Abschnitt rein soll. Eine Motivation. Warum dokumentiere ich das? Und einen Vorschlag für ein Format, ob ich das jetzt am besten mit einer Tabelle mache oder Freitext oder Diagramm. Und das hilft auch extrem, eine gleichbleibende Qualität zu erzeugen. Wenn ich das Ganze mit Ascii-Doc mache, sieht es ähnlich aus. Aber jetzt ist es eben nicht eine Word oder andere Textverarbeitungsformatierung, sondern es ist rein Ascii-Text und das kann ich problemlos in meiner IDE bearbeiten und mit dem Code versionieren. Ich habe das Feedback bekommen, ich soll nicht so viel Markdown-Bashing machen. Ascii-Doc, wer arbeitet schon mit Ascii-Doc? Hand hoch. Ah, es sind wenig. Ich würde sagen 10%. Wer arbeitet mit Markdown, wer kennt Markdown, das sind die meisten. Markdown ist ein sehr einfach zu bearbeitendes Format. Das ist auch eine der Stärken. Ich kann Markdown sehr leicht in eigene Software einbauen. Ich kann die Syntax sehr leicht lernen. Aber die Syntax ist eingeschränkt und ich habe viele Flavors. Und wenn ich dann eine Tabelle zum Beispiel machen möchte, dann ist die Tabelle, die gehört schon nicht zum Standard. Bei Ascii-Doc, Ascii-Doc ist etwas, wenn man so in die Dokumentation reinguckt, die ist ziemlich groß. Das kann abschreckend sein. Aber Ascii-Doc ist mächtig. Und Ascii-Doc kann eigentlich Markdown. Das Standard-Markdown, was man kennt, das kann auch Ascii-Doc verarbeiten. Und ist aber eben durch die zusätzlichen Features recht flexibel. Und wir werden später noch sehen, warum es bei technischer Dokumentation Sinn macht, auf Ascii-Doc zu gehen. Was auch ein cooles Feature ist, wenn ich in so einem Projekt drin bin, wo sämtliche Dokumentation in irgendeinem anderen Format vorliegt, zum Beispiel im Format einer Textverarbeitung, dann gehe ich als Techie immer so ein bisschen das Risiko ein, dass andere Leute sagen, warum machst du das jetzt hier irgendwie mit Markdown oder Ascii-Doc? Wir machen das alles im Wiki oder sowas. Und ich habe hier den Vorteil, dass ich jederzeit das Ascii-Doc wieder in ein anderes Format zurückwandeln kann. Da ich so einen Plan B habe, dass wenn es tatsächlich irgendwie zu große Probleme gibt, dann gehe ich eben wieder zurück auf das altbekannte Format. Ich habe aber bislang niemanden kennengelernt, der das wirklich gemacht hat. Der es irgendwie gesagt hat, wir sind hier auf zu große Probleme gestoßen, wir gehen zurück. Das gibt es eigentlich nicht. Soviel zu ARK 42. Das war jetzt echt ein Schnelldurchlauf. Docs as Code. Der Begriff Docs as Code, der ist eigentlich nur halb so alt, wie es diese Vorgehensweise, die Methodik gibt. Es gibt verdammt viele Projekte. Vor etlichen Jahren wurde damit angefangen, dass man in Markdown dokumentiert hat. Viele Projekte sind auch recht früh auf Ascii-Doc übergegangen. Und irgendwann kam dann dieser Begriff Docs as Code auf. Docs as Code, das meint nicht das, sondern es meint eben, dass ich wirklich Dokumentation als V-Code behandle. Treat Documentation as Code oder Treat Documentation like Code. Das heißt, ich schreibe meine Dokumentation runter wie eine E-Mail. Ich achte nicht groß auf irgendwelche Seitenformatierungen, auf irgendwelche Corporate Identity oder so, sondern ich schreibe sie einfach runter. Wenn ich einen Absatz haben will, füge ich eine Leerzeile ein. Wenn ich eine Überschrift haben will, dann setze ich hier bei Ascii-Doc die Gleichheitszeichen davor. Ascii-Doc akzeptiert auch die Hashes von Markdown. Wenn ich einen Link haben will, dann setze ich den einfach rein. In eckigen Klammern dahinter kann ich da eben auch noch eine textuelle Bezeichnung setzen. Und wenn ich das Ganze dann konvertieren will nach HTML, dann ist es in Gradle ein Einzeiler. Einfach nur das Plugin reinziehen und wenn mein Ascii-Doc-File an der richtigen Stelle liegt, dann baue ich das Projekt kurz und habe schön gerendertes HTML. So einfach kann das sein. Das ist auch ein Plugin, geht auch ganz gut. Aber das POM-File, das hätte ich nicht auf die Slide gepasst. Wenn ich das so mache, wenn ich jetzt mit Ascii-Doc meine Dokumentation direkt im Repository schreibe, dann bin ich schon verdammt weit. Dann habe ich out of the box jede Menge Features. Ich schreibe einfach ablenkungsfrei die Dokumentation runter. Ich kann bei Ascii-Doc Unterdokumente anlegen, dass ich aus einem Hauptdokument andere Dokumente referenziere und kann dadurch verschiedene Hauptdokumente für verschiedene Stakeholder aufbauen. Bilder, wenn ich jetzt mit einer Textverarbeitung arbeite, dann kopiere ich die Bilder meistens rein, irgendwelche Diagramme. Damit habe ich keinen Bezug mehr zur Quelle. Wenn sich an der Quelle irgendwas ändert, dann weiß ich, okay, irgendwie muss ich die Dokumentation nachziehen. Wo wird denn das Bild überhaupt alles verwendet? Und dann muss ich wieder per Copy & Paste das reinziehen. Wenn ich aber das Bild referenziere, dann muss ich nur wissen, wo es im File-System liegt und da muss ich es aktualisieren. Und beim nächsten Bau der Dokumentation ist es dann aktuell. Versionierung, klar. Ich habe hier Text-Files. Das schmeiße ich einfach ins Git-Repository rein und dann ist das Ganze versioniert. Prima. Ascii-Doc unterstützt auch perfekt das Syntax-Highlighting von Source-Code. Wenn wir technische Dokumentation haben, wenn wir Code-Beispiele haben, einfach angeben, welche Sprache es ist und ich habe ein tolles Syntax-Highlighting drin. Pull-Requests komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Und out of the box habe ich mit Ascii-Doc eine Konvertierung nach HTML5 und DocBook. HTML ist prima. DocBook ist erstmal so die Frage, wofür brauche ich das? Kommen wir aber auch nachher nochmal drauf. Er weist sich dann noch als ganz nützlich, wenn ich andere Formate erzeugen möchte. Das heißt also, ich habe so ein gewachsenes Projekt. Ich habe meine Dokumentation als Textverarbeitung in einem Textverarbeitungsformat und möchte es nach Ascii-Doc bringen. Und da kommt dann immer so die Frage auf, gibt es da einen Converter? Kann ich das einfach automatisch rüberziehen? Ja, gibt es. Kann man machen. Textverarbeitung ist aber von einem Textverarbeitungsformat von DocX nach Ascii-Doc nicht so ganz verlustfrei. Also es kommt immer darauf an, welche Features man in der Dokumentation genutzt hat. Wenn man zum Beispiel in der Textverarbeitung ein Diagramm gezeichnet hat, das kommt nicht mit rüber. Oder wenn man irgendwie komische Formatierungen verwendet hat. Wenn man irgendwie, keine Ahnung was. Deswegen, bei so einem gewachsenen Projekt bietet es sich halt auch immer an, die Dokumentation erst nochmal zu überarbeiten. Und dann geht man die Dokumentation durch, kopiert Absatz für Absatz mit der Überarbeitung rüber in das Ascii-Doc-Format und hat dann so seine neuen Ausgangsdateien und kann sie schon mal nach HTML wandeln. Wenn ich meine Dokumentation jetzt textuell vorliegen habe, kann ich sie natürlich in Skidrep Repository reinschmeißen. Und dann stellt sich zum ersten Mal die Frage, in welches Repository eigentlich. Da muss man ein bisschen aufpassen. So früher, wenn man so ein Monolithen hatte, so ein Projekt in einem Repository, dann bietet es sich an, neben dem zum Beispiel Java-Source-Code, also Source-Main-Java, noch ein Source-Docs anzulegen, da seine Dokumentation reinzuhängen. Hat den netten Effekt, wenn sich irgendwie am Code was ändert, dann sieht man im Pull-Request auch gleich, ob sich auch in dem Dokumentations-Pfad was geändert hat oder ob man vielleicht nochmal nachfragen muss. Bei anderen Arten von Projekten kann es Sinn machen, dass man ein Dokumentations-Repository aufsetzt und dann aus den anderen Repositories, wo dann Teilaspekte dokumentiert sind, diese reinzieht auf die eine oder andere Art und Weise. Aber das kommt eben auf das Projekt drauf an. Wenn ich es jetzt im Repository drinnen liegen habe, kann ich als Architekt sehr gut mit anderen Leuten, die was zu dokumentieren haben, zusammenarbeiten. Wenn jetzt jemand irgendeinen Aspekt der Architektur dokumentieren möchte oder eben auch tieferliegend Microservice oder so, dann kann er per Fork- und Pull-Request Änderungen an der Dokumentation vornehmen. Und das hat den ganz großen Vorteil, dass ich als Architekt den Gärtner spielen kann, über den Pull-Request drüber gucken kann und gucken kann, ob das so passt oder ob dieser Teil der Dokumentation, der da gerade erstellt worden ist, vielleicht doch in ein anderes Kapitel gehört. Oder ich kriege auch jede Änderung mit. Das ist ein anderer Workflow als jetzt in einem Wiki, wo jeder einfach alles überschreibt und man jede Menge Notifications kriegt und das sind dann zu viele und dann ignoriert man sie irgendwann. Wenn ich das Ganze im Repository habe, natürlich kann ich dann on change auf dem Build-Server die Dokumentation bauen und bin happy. Und an dieser Stelle hört es dann meistens auf. Es gibt viele Bücher zum Thema Docs-like, Code und technische Dokumentation, die dann halt sagen, okay, jetzt verwaltet ihr eure Dokumentation wie Code und schön. Jetzt bin ich aber Architekt und komme in andere Probleme rein. Zum Beispiel, was mache ich denn mit Diagrammen? Ja, Diagramme, hm, hat jemand eine Idee, wie ich Diagramme textuell verarbeiten könnte? Wie ich sie da reinhängen könnte? Wer kennt alles, plant UML? Okay, ich würde sagen, das sind so 25%, plant UML ist ein tolles Tool. Plant UML ist eine Library, die es mir erlaubt, ein Diagramm textuell zu beschreiben und plant UML geht her und rendert dieses Diagramm. Und bei Sequence Diagramms geht es echt super gut. Weil beim Sequence Diagramm da ist es dann klar, wie das Layout dieses Diagramms aufgebaut ist. und vor allem, wenn ich da jetzt was ändern möchte, dann muss ich nicht in irgendeinem Tool rumfummeln und mir Platz schaffen für diese Änderung, sondern ich mache es einfach in dem Text, mache ich die Änderung, lasse es neu rendern und fertig. die Frage ist, wenn ich irgendwie ein komplexeres Diagramm habe, kann ich sowas auch rein textuell beschreiben? Und dieses Diagramm ist ein Real-World-Beispiel, denn es gab mal einen netten Tweet, wo jemand gesagt hat, hey, 15 Dollar für den, der mir dieses Diagramm umsetzt. ich habe mir gedacht, okay, drei Bier, dafür machst du es mal. Und ja, das Ergebnis, das ist recht nah dran, das passt, hinter dem QR-Code ist der Source-Code, aber ich habe zwei interessante Erfahrungen gemacht. Zum einen, ich hatte das Ausgangsdiagramm und Plant-UML ist super geschickt, wenn es darum geht, die Elemente zu layouten. Das macht es echt gut, aber es entspricht teilweise nicht der Vorstellung, die man selbst hat. Und dann kann man so ein paar Hints angeben, dass man auf so ein Pfeil zwischen zwei Elementen draufschreibt, der Pfeil soll nach unten gehen oder nach links. Wenn ich so ein vorgefertigtes Diagramm habe, dann kann ich diese Hints sehr leicht dran schreiben und komme ganz gut zum Ergebnis. Aber rein textuell möchte ich so ein Diagramm nicht modellieren. Und mein Fazit daraus ist, wenn ich so fünf Elemente habe, dann arbeite ich ganz gut, ganz gern mit Plant-UML, wenn ich irgendwann ein abstraktes Konzept zeigen möchte. Wenn ich was Größeres habe, dann nehme ich ein anderes Tool. Sequence Diagrams ist für mich überhaupt keine Frage. Egal wie groß die sind, Plant-UML. Das zweite, was ich gelernt habe, ist, die Entwickler hinter Plant-UML, die sind auf Twitter aktiv und die sind recht flink, wenn es um Erweiterungen geht. Bei diesem Ursprungsdiagramm, da sind hier so Elemente, die sind so mehrere Instanzen, zeigen die an. Und das kann Plant-UML oder konnte Plant-UML nicht. Und ich habe dann, sieht man hier ganz schlecht, so Icons benutzt, die Anzeigen. Da gibt es mehrere Instanzen. Kurze Zeit später wurde das Feature in Plant-UML umgesetzt. Also es ist echt cool und es gibt da auch viele Hidden Features, die noch so im Beta-Stadium sind, die man sich einfach mal angucken muss, um zu sehen, ob sie vielleicht für einen schon taugen. Unterstützt halt vor allem auch sehr viele Diagrammtypen. Und für AsciiDoc gibt es ein Plant-UML Plugin oder ein Diagramm-Plugin, muss man eigentlich sagen. Ich benutze immer nur den Plant-UML-Teil. Da sind aber noch mehr Libraries drin, die textuelle Diagramme umsetzen, zum Beispiel Netzwerk-Diagramme. Und dieses Plugin ist eigentlich sehr weit verbreitet. Man muss es als Plugin reinziehen, aber eigentlich jedes Preview, jedes Preview-Plugin für eine IDE unterstützt es von Haus aus. Das heißt, das ist eigentlich Standard. Apropos IDE. Jede IDE, jeder Editor, den ich kenne, außer jetzt VI und Emacs, haben ein Ascii-Doktor Plugin, sodass man auf der linken Seite den Text editiert, auf der rechten Seite ein Preview sieht. Und apropos Ascii-Doktor, Ascii-Dok ist das Format, Ascii-Doktor das Tool, was konvertiert. Und das ist jetzt auch wieder gegenüber anderen Mark-Up-Sprachen, sage ich mal, der Vorteil, es gibt einen Source-Code, Ascii-Doktor ist in Ruby geschrieben. Wenn ich in der Java-Welt Ascii-Doktor einsetze, dann benutze ich JRuby als Wrapper, das kriege ich als Anwender gar nicht mit, weil ich einfach nur die Java-Files reinziehe. Wenn ich in der JavaScript-Welt unterwegs bin, dann ist das Ruby nach JavaScript transpiliert und läuft einfach im Browser. also diese Unterschiede merkt man nicht, aber man hat halt immer den gleichen Source-Code und somit das gleiche Ergebnis. Jetzt habe ich schon gesagt, komplexere Diagramme, wäre ganz gut, wenn ich die auch einbauen könnte, aber Plant-UML ist da vielleicht nicht so ganz das geeignete. Ich habe aber irgendwann nach solchen Talks sind Leute auf mich zugekommen, hey, Draw.io, Draw.io ist so ein cooles Tool. Wer kennt Draw.io? Das sind aber viele, 70% ungefähr. Draw.io ist eigentlich ein Demo gewesen für so eine Diagramm-Library und deswegen ist es auch kostenlos, ist aber ein full-blown Diagramming-Tool und ich wurde halt immer wieder angesprochen, wie baue ich Draw.io irgendwie in diesen Ansatz, Docsis-Code-Ansatz ein, weil ich möchte jetzt nicht irgendwie den Source-Code von dem Diagramm irgendwie haben und dann manuell immer Save as PNG machen und dann in meine Dokumentation reinziehen, sondern ich will da irgendwas automatisiert haben und ich habe keine Automatisierungsschnittstelle gefunden, dass ich das irgendwie alles exportieren konnte, aber irgendwann bin ich darauf gestoßen, dass Draw.io ein super cooles Feature hat, wenn ich das Diagramm als PNG abspeichere, dann benutzt Draw.io die Metadaten des PNGs, um den Source des Diagramms abzuspeichern. Mit dem Ergebnis, ich speichere einfach meine Draw.io Diagramme als PNG, binde sie als PNG ein in meine Dokumentation und wenn ich sie editieren will, dann mache ich dieses PNG mit Draw.io auf und editiere es einfach. Super, klasse. Ich muss nur aufpassen, manche Tools, manche Grafik-Editoren, die lassen den Source, die Metadaten wieder verschwinden. Die können damit nichts anfangen und sagen dann, ach, dann schmeiße ich es weg. Das ist natürlich blöd, aber im Normalfall klappt das so. Und das bedeutet auch, dass wenn ich irgendwie so ein Draw.io Image irgendwie per E-Mail kriege oder so, dann stehen die Chancen eigentlich ganz gut, dass ich damit auch die Quelle habe. Weil oftmals hat man in so einem Projekt irgendwelche Architektur-Diagramme und derjenige, der das Diagramm erstellt hat, der ist vielleicht nicht mehr im Projekt. Man möchte jetzt das Diagramm aber erweitern und hat dann immer so das Problem, wo ist die Quelle? Ich finde die Quelle nicht. entweder neu zeichnen oder übermalen. Hier einfach mal gucken, ob die Metadaten noch vorhanden sind. Plant-UML kann das übrigens auch. Plant-UML speichert in den Metadaten des PNGs den Quelltext und wenn ich dann ein reines Plant-UML-Image habe, kann ich das auch probieren, ob ich da den Quelltext rausbekomme. Als Architekt sagt man immer so schön, ich möchte aber nicht malen, ich möchte modellieren. Also habe ich irgendeinen UML-Modellierungstool, mit dem ich arbeite. Das ist jetzt so ein ganz einfaches Beispiel. Ich habe ein Diagramm und ich habe sogar, ich habe mir das früh angewöhnt, dass ich hinter den Elementen gerne noch Dokumentation habe. dass ich mir da Notizen mache, dass ich da die Elemente beschreibe und dann habe ich in meinem UML-Tool all die schönen Diagramme basierend auf einem Modell, kann jetzt wieder per Copy and Paste die Diagramme rausziehen, dann kommt einer an und sagt, dieses eine Element, das wollen wir jetzt umbenennen, okay, dann mache ich das und in wie viele Diagrammen hat sich es jetzt gerade geändert und wo sind diese Diagramme irgendwo in der Dokumentation drin. Also habe ich mir auch da überlegt, was kann man da machen und man kann es automatisieren. Und man kann die meisten Tools, die es heutzutage auf dem Markt gibt, in der einen oder anderen Weise fernsteuern. Irgendwie gibt es APIs zum Beispiel für so Tools wie Jira und Confluence oder jetzt hier so ein Desktop basiertes Tool, kann ich als Com-Objekt fernsteuern. Und in dem Fall habe ich mir halt überlegt, wenn ich hier so eine Syntax in den Kommentar reinsetze, das soll als Ascii-Doc exportiert werden, in den File Name Stakeholder. Dann kann ich halt diese Automatisierung nutzen, kann alle Diagramme exportieren, kann die Kommentare dahinter, hinter den Elementen exportieren, ich appende die in eben das gleiche File, wenn es da der gleiche File Name angegeben ist, mit dem Ergebnis, ich habe das exportiert, ich kann das in meiner Ascii-Doc-Dokumentation referenzieren, ich kann diesen Export in mein Bildfile, in mein Bild integrieren, das heißt, ich arbeite mit Ascii-Doc-Dokumentation für Fließtext, ich arbeite mit meinem UML-Modellierungstool für Diagramme, Modelle und die Dokumentation hinter den Modellen, dann schmeiße ich mein Bild an und die Dokumentation ist aktuell. Das ist ein ziemlich cooles Feature, das nimmt einem ziemlich viel Arbeit ab und gibt einem auch das gute Gefühl, dass es wirklich aktuell ist. Und das Ergebnis kann zum Beispiel so aussehen, dass man in der Dokumentation das Diagramm hat und darunter eine Tabelle mit den Informationen, mit der Dokumentation hinter den Elementen, dass man alles exportiert hat. Das heißt, man sieht schon hier, ich kann diesen Docs-as-Code-Ansatz über das Versionieren hinaus sehr gut erweitern, dass ich in den automatisierten Bild viele Schritte einbaue, die mir die Arbeit erleichtern. Vorhin habe ich gesagt, Architektur muss kommuniziert werden. Kommunikation bedeutet, ich habe verschiedene Stakeholder. Und diese verschiedenen Stakeholder, die haben vor allem zwei verschiedene Ansprüche. Das eine ist, nicht jeder mag HTML-basierte Dokumentation. Wenn ich irgendwie ein Audit reinbekomme, dann möchte man vielleicht ein PDF haben, was sich unveränderlich anfühlt und nicht so HTML, was ich ständig neu generieren kann. Oder wenn ich jetzt einen Security-Architekten habe, dann interessiert es den nicht, was ich alles irgendwie noch drumherum habe, sondern der will aus der Architekturdokumentation nur den Security-Teil sehen. Oder jemand, der fachlich orientiert ist, der möchte nicht den technischen Teil sehen. Gehen wir erstmal zu den Formaten. Vorhin habe ich gesagt, HTML5, DocBook ist kein Problem. Was mache ich mit anderen Formaten, wie zum Beispiel DocX, also Word? Es gibt ein Tool, ein Kommandozeilen-Tool namens Pandoc. Das ist so das Schweizer Taschenmesser der Formatkonvertierung. Das ist jetzt hier vielleicht etwas klein, aber hier steht so, welche Formate dieses Tool alles beherrscht, von welchen Formaten in welche Formate es konvertieren kann. Und das wäre übrigens auch die Lösung, wenn ich eben so die ursprüngliche Dokumentation als in der Textverarbeitung vorliegen habe. Dann kann ich hier hergehen und kann mal probieren, das Ganze nach AsciDoc zu konvertieren. Aber ich kann eben auch AsciDoc, ja, AsciDoc ist glaube ich hier das einzige Format, aus dem ich nicht rauskonvertieren kann, sondern nur rein. Ich kann nach AsciDoc konvertieren. AsciDoc ist aber das Format mit DocBook im Hinterkopf entstanden. Das heißt, alle Features, die in DocBook vorhanden sind, finden sich in AsciDoc wieder und umgekehrt. Und damit, wenn ich jetzt meine Dokumentation nach DocBook generiert habe, kann ich jetzt aus DocBook raus weiter generieren und kann zum Beispiel DocX, also Word, damit generieren. Das passt ganz gut und ich habe ein gutes Gefühl, dass die ganzen Features nicht verloren gehen. Das ist jetzt so ein Ergebnis, wieder ich habe mein Diagramm, ich habe eine Tabelle darunter, ich habe ein bisschen Fließtext. Das funktioniert sehr gut. Wenn man eine Corporate Identity noch einbauen möchte, dann gibt es ein paar Tricks, mit denen man so eine Titelseite macht, mit denen man besser so eine Kopfzeile und Fußzeile macht. Aber das funktioniert ganz gut. Für PDF gibt es ein PDF-Plugin für AsciDoc. Das ist, glaube ich, immer noch in irgendeiner Alpha-Version, Alpha 13 oder so. Wenn ich damit arbeite, vermisse ich aber keine Features. Also ich weiß nicht, warum das noch Alpha ist. Es hat auch so nette Features, dass ich so etwas wie Kopfzeile, Fußzeile habe und linke Seite, rechte Seite. Also da kriege ich echt super PDFs raus. Soweit ich weiß, soll das jetzt aber fallen gelassen werden für einen browserbasierten Ansatz, weil ich ja jetzt Chrome Headless betreiben kann und von Chrome nach PDF rausdrucken kann. und da kann ich die ganz normalen Style Sheets wieder verwenden. Hier ist es etwas schwierig, über die ganzen Konfigurationen, die Farben in dem PDF, die Überschriften und sowas zu konfigurieren, dass das der Corporate Identity ähnlich sieht, dass es mit so einem Style Sheet basierten Ansatz etwas leichter ist. Aber das geht alles. Somit kriege ich echt über diese Ansätze jede Menge verschiedene Formate hin. Also ich kann zum Beispiel auch E-Books generieren und kriege damit auch eine gewisse Barrierefreiheit hin, weil ich ein E-Book viel leichter vorlesen lassen kann als jetzt ein anderes Dokument. Aber jetzt haben wir auch noch das Problem, dass eben unterschiedliche Stakeholder unterschiedliche Teile der Dokumentation sehen wollen. Und das ARC-42-Template, das ist schon ein ganz gutes Beispiel, weil das hat ein Master-Dokument, welches nur einfach die Unterkapitel referenziert. Und genauso wie ich meine Software nicht mehr irgendwie ein großes Skript schreibe, sondern sie in Klassen unterteile und die Klassen in unterschiedliche Files lege, mache ich das eben auch bei Dokumentation auf einmal. Dass ich für jedes Kapitel und dann eben auch Unterkapitel teilweise eigene Dokumente anlege, die wieder über Includes zusammenbringe. Und in diesen Kapiteln können dann eben wiederum Bilder inkludiert sein. Source-Code, super geniales Feature. Ich kopiere nicht Source-Code in diese Dokumentation rein, sondern ich referenziere den Source-Code aus dem Original-Living-Source-Code oder noch besser aus den automatisierten Tests, weil dann weiß ich, dass das, was ich inkludiert habe, tatsächlich auch getestet wird. Dann kann ich, weil ich es im Bild drin habe, das Generieren der Dokumentation mit der Ausführung der Tests verknüpfen und die Dokumentation nur neu generieren, wenn die Tests auch alle grün sind. Damit weiß ich, dass die Dokumentation stimmt. Das ist so ein nettes Feature, dass ich in Kommentare einen Start-Tag und einen End-Tag setze und dann bei dem Include in Asci-Doc einfach sage, inkludiere dieses File, aber nur folgendes Tag. Das heißt, der Include wandert mit dem Source-Code. Wenn da irgendwie vorher was eingefügt wird oder so, ist es dem Asci-Doc egal. Nur Entwickler sagen dann auf einmal, hä, was soll denn da dieser Tag? Also Entwickler, die nicht dokumentieren. Wenn man denen dann erklärt, ja, dieser Tag bedeutet, dass dieser Source-Code in der offiziellen Dokumentation landet, dann verändert sich auf einmal die Qualität dieses Source-Code-Schnipses. Das ist ganz interessant zu beobachten. Kapitel 8 bei ARC 42 ist so ein super Beispiel. Das ist so die Cross-Cutting Concerns und das unterteilt man nochmal in ganz viele Unterkapitel. Und wenn ich jetzt meine Stakeholder mir betrachte, dann habe ich zum Beispiel einen fachlichen Stakeholder und dem lege ich einen Business Master an und da referenziere ich zum Beispiel Kapitel 1 und Kapitel 2 drin und das sind die fachlichen Teile der Architektur-Dokumentation. Und wenn ich jetzt meinen Security Architekten habe, dann habe ich einen Security Master und wenn ich die Security Architektur in Kapitel 8.1 beschrieben habe, dann kann ich das eben so referenzieren und so für verschiedene Stakeholder aus dem gleichen Source unterschiedliche Dokumente generieren. Und somit habe ich eben auch eine Wiederverwendung von Dokumentationsschnipseln und spare mir ein Copy & Paste. Weitere Zusammenarbeit. An Dokumentation wird gern zusammengearbeitet. Ich habe vorhin von Forks und Pull Requests gesprochen und von den Gärtnern. Und dann gibt es immer wieder Projektteams, die sagen, ja, aber wir haben die Vorgabe, alles in Confluence zu dokumentieren. Ist ja auch nicht schlecht. Kann ja jeder mit umgehen. Braucht man keinen technischen Background, kann man einfach reinschreiben, ist prima. Aber wenn ich eben diesen ASCII-Doc-Ansatz verwende, dann kann ich auch mein ASCII-Doc nach Confluence, ich sage mir aber Publishen. Das heißt, es gibt ein Skript, was das generierte HTML zerlegt, entsprechend der Überschriftenlevel, daraus mehrere Unterseiten baut und diese Unterseiten nach Confluence rüberschießt. Dadurch bekomme ich hier eine ganz gute Struktur hin. Ich habe nicht einfach nur eine große Confluence-Seite, sondern ich habe viele Unterseiten, durch die ich durchnavigieren kann und wo ich, wo die Seitengröße eine gute Größe hat, dass ich über die Seiten Kommentare arbeiten kann. Wenn ich so meine Dokumentation nach Confluence gebracht habe, dann mache ich das normalerweise nicht über einen technischen User, sondern dann mache ich das von meiner lokalen Maschine aus und mache das mit meinem eigenen User. Dadurch kriege ich als Autor auch immer eine Benachrichtigung, wenn einer einen Kommentar setzt und kann wieder den Gärtner spielen. Hat auch den Vorteil, deswegen nenne ich das auch Publishing, ich mache es nicht so häufig. Ich mache es nicht wie, wenn man normal so eine Confluence-Seite bearbeitet, man bearbeitet sie und dann wird man zum Kaffee weggerufen, also speichere ich schon mal zwischen. Sämtliche Watcher werden benachrichtigt, dann komme ich wieder dran, dann editiere ich wieder was, ich bin gerade in Eile, ich schicke es ab, wieder werden alle benachrichtigt, ich lese nochmal drüber, da ist ein Typo. Okay, ich gehe nochmal rein, editiere den Typo und alle Watcher kriegen die dritte E-Mail und spätestens dann denken sie darüber nach, diese E-Mails wegzufiltern oder abbestellen ist bei Confluence etwas heikel, es geht gar nicht so einfach. Ich habe mal, also ich weiß nicht, wie es bei aktuellen Versionen ist, für ältere Versionen habe ich mal ein JavaScript gefunden, was man dann über die Developer-Tools injecten kann und alles abbestellen kann. Und sobald diese Benachrichtigungen abbestellt sind oder ignoriert werden, sind sie halt sinnlos geworden. Wenn ich jetzt aber den DOCSIS-Code-Ansatz fahre und immer wenn die Dokumentation einen neuen Stand erreicht hat, genauso wie ich meine Software eben bei einem fertigen Stand aufs Testsystem oder in Produktion bringe, kann ich genauso hier dann meine fertige Dokumentation nach Confluence rüberschießen und nur dann kriegen die Watcher die entsprechende Benachrichtigung. Und somit hat diese Benachrichtigung einen höheren Wert auf einmal. Wer weiß, was passiert, wenn ich in Confluence einen Text markiere und mit dem Cursor etwas länger über diesem Text stehen bleibe? Da, eine Stimme. Was passiert dann? Kommentarfunktion, richtig. Das ist so ein witziges Feature, was ich jahrelang nicht gefunden habe, weil ich bleibe einfach nicht mit dem Cursor über dem Text stehen. Ich drücke STRG-C, habe es rauskopiert und das war's. Aber die Kommentarfunktion ist Standard, so ein Create Issue kann ich auch hin konfigurieren und dann kann ich sehr gut so einen Text überarbeiten, Inline-Kommentare machen. Allerdings, wenn ich jetzt diese Seite wieder automatisch überschreibe, dann ist dieser Kommentar weg. Da haben wir noch keinen Mechanismus gefunden, um das irgendwie den Kommentar zu behalten. Ist aber auch nicht schlimm, weil die E-Mail habe ich schon gekriegt. Und ich habe dann hoffentlich diese E-Mail vorher bearbeitet mit dem Kommentar, bevor ich dann die neue Dokumentation gepublished habe. Ist übrigens auch ganz interessant, ich beobachte es immer wieder, dass in Confluence diese Kommentare beibehalten werden. Man löscht sie nicht raus, weil man es vielleicht als unhöflich ansieht oder so. Eigentlich müsste man diese Kommentare bearbeiten, so einen kleinen Thread aufbauen, fertig, Dokumentation ist abgedatet, Kommentar ist gelöscht. Ist aber eben häufig nicht so. Da zeige ich, oder ja, deswegen mag ich eigentlich den Ansatz, dass man, wenn ich jetzt mit diesem Docs as Code arbeite und statische HTML-Seiten generiere und publiziere, dann fehlt mir dieser Feedback-Mechanismus, den ich bei Confluence habe, dass ich Kommentare setzen kann. Ich könnte jetzt irgendein Kommentarsystem einbauen oder so. Aber eigentlich habe ich es schon. Und das sind oben rechts diese beiden Buttons, die ich ganz gerne in meine Dokumentation reinsetze. Improve this Doc, das sieht man auch bei so Spring Boot Dokumentationen und so häufig. Create an Issue habe ich bei Microsoft abgeguckt. Bei dem Improve this Doc, wenn ich da draufklicke, beim Generieren durch einen kleinen Trick, weiß ich zu jedem Abschnitt, wo liegt eigentlich der Source Code. Das heißt, ich springe rüber, zum Beispiel in GitHub oder GitLab oder was ich eben für ein Repository-Tool habe, springe direkt auf diesen Source Code, vielleicht sogar in den Edit-Mode, weil ich davon ausgehe, dass jeder Entwickler angemeldet ist. Und dann kann ich hier direkt editieren. Habe ich die Schreibberechtigung, kann ich sofort reinpushen. Habe ich sie nicht, wird von dem System automatisch ein Pull-Request erstellt oder zumindest ein Fork angelegt und einem wird gesagt, dass man einen Pull-Request jetzt erstellen soll. Und das ist ein cooles Feature, weil ich nicht einfach irgendeine Dokumentation überschreibe, sondern ich höflich diesen Pull-Request stellen kann und sagen kann, du, guck mal, ich glaube, ich kann deine Dokumentation verbessern. Und der zweite Button ist halt, wenn ich jetzt so ein Tutorial habe zum Beispiel und ich als Anwender der Dokumentation, ich merke, das Tutorial funktioniert nicht so richtig, aber ich weiß auch nicht, wie ich es verbessern soll. Dann mache ich es doch genauso wie bei Source Code, da ich einfach ein Issue anlege. Und ich kann genau den gleichen Mechanismus verwenden, da ich rüberspringe in den Issue Tracker und über URL-Parameter dann gleich in den Kommentar reinsetze, um welche Seite, um welchen Source es sich handelt. Ich kann jetzt sagen, du, dein Tutorial funktioniert nicht. Ich als Tutorial-Schreiber muss nicht lang überlegen, welches Tutorial meinst du, sondern ich habe da unten genau die Datei stehen und weiß, es handelt sich darum. Und wenn ich jetzt wieder an die Kommentarfunktion denke, jetzt habe ich ein Issue angelegt und dieses Issue arbeite ich ab, genauso wie meine Code-Issues. Und dieses Issue wird nicht irgendwann gelöscht und man hat nicht mehr die Historie. Es wird geschlossen. Und es wird wirklich geschlossen. Und das ist, finde ich, eine bessere Vorgehensweise als jetzt diese Kommentare. Microsoft geht bei der Dokumentation so weit, dass die Issues zu einer Seite unten auf der Seite angezeigt werden. Ist ziemlich cool. Ja, dann gibt es auch noch diese Form der Zusammenarbeit, dass ich von anderen Teammitgliedern etwas eingeliefert bekomme an Dokumentation. Und ich hatte mal diesen Fall, dass ich Non-Function Requirements als Tabelle eingeliefert bekommen habe. Ja, ist tabellarische Übersicht. Super klasse. Eine Tabelle in ASCII-Doc ist ganz cool, weil solange ASCII-Doc weiß, in dem Fall hier über die Definition der Spalten, wie viele Spalten es sind, brauche ich die Zellen nicht hintereinander zu schreiben, sondern ich kann sie untereinander schreiben und damit ist das Ganze viel wartbarer. Jetzt gibt es aber trotzdem, und die Ausgabe sieht so eine ASCII-Doc-Tabelle echt gut aus, aber dann gibt es doch einige Leute, die sagen, nee, das ist mir immer noch zu technisch. Und es wäre doch eigentlich ganz gut, wenn ich das Ganze als Excel pflegen könnte, weil ich habe es jetzt hier als Excel angelegt. Ja, warum nicht? Wenn wir schon einiges automatisiert haben, kann man eben auch einen Build-Step schreiben, der das Excel einliest und daraus zum Beispiel ein CSV baut. Und ein CSV kann ich einfach als Tabelle in ASCII-Doc rendern. Dann fehlen mir aber ein paar Informationen. Und vor allem, wenn dann jemand ankommt und sagt, ja, ich habe das Excel-Sheet jetzt noch ein bisschen überarbeitet, das sieht jetzt besser aus. Und man guckt rein und da sind Colspens drin und Rowspens und farbige Hintergründe. Aber auch das, wir haben uns dran gesetzt und haben den Exportschritt weiter verbessert. Und tatsächlich selbst sowas mit, hier das X ist schön zentriert in beide Richtungen. Wir haben farbige Hintergründe, wir haben Colspens, Rowspens und es kommt so raus als ASCII-Doc. Das ist keine Tabelle mehr, die ich irgendwie manuell pflegen möchte. Aber ich habe ja jetzt Excel dann als Source-Code und meinen Build-Step. Funktioniert echt gut. Was machen wir noch mit Code? Wir testen Code ganz gerne. Automatisiertes Testing gehört eigentlich zu jedem Projekt dazu. Und stellt man sich die Frage, warum machen wir das nicht auch mit der Dokumentation? Jetzt gibt es verschiedene Ebenen von Tests. Ich kann zum Beispiel einfach die Dokumentation auf syntaktische Fehler überprüfen. Sind die Images auch tatsächlich alle da, die ich irgendwie referenziere oder habe ich da ein Typo drin? Die Verweise innerhalb des Dokuments passen die. Und Gernot Starke hat da mal, weil er auch ein öffentliches ASCII-Beispiel generieren wollte, den HTML-Sanity-Checker geschrieben. Und mittlerweile ist das ein super Gradle-Plugin, was ich einfach reinziehe, was ich auf einen Folder ansetze. Und dann geht dieses Tool durch sämtliche Files in dieser Folder und erzeugt einen schönen Test-Report. Und ich sehe genau, hier habe ich ein Problem. Hier habe ich einen Broken Internal Link und kann dem nachgehen. Das heißt, auch wenn ich komplexere Dokumentation habe und irgendwas mit meinen Diagrammen passiert ist oder ich einen falschen Verweis gesetzt habe, ich gehe mit dem automatisierten Test rüber, habe meinen Test-Report und kann auch hier wieder sagen. Wenn der Test-Report fehlschlägt, dann publiziere ich nicht, dann generiere ich die Dokumentation nicht. Das ist jetzt so relativ trivial. Ich kann aber mit dem Testing noch mehr machen. Wenn man sich ein bisschen mit Technical Writing beschäftigt, dann stolpert man ziemlich schnell über Tools wie zum Beispiel den Hemingway-Editor. Cooles Tool, was auf einer ganz anderen Ebene testet. Es checkt, wie lang sind denn eigentlich die Sätze. Da sind ein paar Sätze vielleicht etwas zu lang geraten. Oder wie ist denn so der Writing-Style? Also hier so etwas wie Passiv-Voice, das kann man auch weglassen. Und dann wird eine Readability ausgerechnet. Und auf einmal habe ich genauso, wie ich beim Code darauf achte, dass die geschreiften Klammern auf der gleichen Zeile sind, dass ich nicht zu viele Einrückungen habe und sowas. Solche Features kann ich eben, solche Tests kann ich auch auf Dokumentation anwenden. Und da gibt es echt viele Möglichkeiten, wie ich das kombinieren kann, was ich zum einen für Tests machen kann, aber auch wie ich zum Beispiel Code-Tests mit der Dokumentation verknüpfen kann. Der König hat ein schönes Buch geschrieben über Groovy. Und bei dem Buch fällt auf, dass sämtliche Code-Beispiele mit Assertions enden. Nicht mit irgendeinem Printline und dann die Ausgabe, sondern Assertions. Das hat einfach den Grund, er kann dieses Buch automatisiert testen. Er kann einfach sämtliche Code-Beispiele durchlaufen lassen und gucken, ob die Assertions noch true sind. Und das hat er dann auch für die nächste Auflage gemacht. Super cool. Wenn ich Service zum Beispiel aufbaue und automatisierte Tests für die Services habe, dann kann ich aus dem Test den Service Call rausziehen in die Dokumentation und wenn ich jetzt die Antwort des Services in dem Test mit protokolliere, dann kann ich die auch reinziehen in die Dokumentation und ich weiß immer, dass die Beispiele absolut korrekt sind. Oder ich habe einen Selenium-Test und kriege aus dem Test Screenshots raus, dann kann ich das in den User Manual reinziehen. Und wenn ich irgendwie eine Änderung im Layout habe, dann lasse ich es eben neu laufen und die Dokumentation ist aktuell. Wenn ich jetzt diesen Ansatz nutze, jetzt haben wir die ganze Zeit von Arc42 gesprochen, das ist ein großes Dokument. Im Projekt habe ich aber mehr als nur dieses Arc42-Architekturdokument. Ich habe zum Beispiel ein User Manual oder Test Reports. Eine Landingpage, wenn ich das jetzt alles irgendwie zusammenbaue, so in einem Wiki habe ich meistens irgendwie so eine Einstiegsseite, wo ich das Projekt beschreibe. Hallo? So komme ich weiter. Ich habe vielleicht irgendwo in einem Wiki so eine Blog-Section, wo ich neue Features anpreise, wo ich irgendwie das Team auf dem Laufenden halte, was neu reingekommen ist und am besten eine Suche. Wenn ich jetzt so eine große Dokumentation habe, STRG F, das Suchen geht ganz gut. Wenn ich mehrere Dokumente aufbaue, dann vermisse ich das und über dem ganzen brauche ich dann auch noch irgendwie eine Navigation. Und da kommen Static Site Generators ins Spiel. Weiß jeder, was ein Static Site Generator ist? Wer kennt Static Site Generators? Hand hoch. Ja, ich würde sagen so ein Viertel. So ein Static Site Generator und ich habe hier vier Beispiele mitgebracht, ist einfach nur ein Tool, was zum Beispiel aus Markdown, aus ASCII-Doc eine Website aufbaut, eine Navigation drüberlegt und auch Features wie ein Weblog, wo ich normalerweise vielleicht sagen würde, ja, brauche ich eine Datenbank dahinter, dass ich da die Blog-Einträge raushole, dass ich nach verschiedenen Kategorien sortieren kann und so. Diese Tools bauen dann diese Seiten, die die Kategorien gefiltert haben, statisch auf bei jeder Änderung und legen die einfach auf den Static Site Server. Und dadurch ist die Dokumentation dann auch ziemlich schnell und ziemlich verlässlich, weil ich eben einfach nur so einen Web-Server habe, ohne irgendwelche Logik dahinter, ohne irgendeine Datenbank dahinter. Und wenn ich so eine Website jetzt für mein Projekt aufbauen möchte, für meine Systemdokumentation, dann brauche ich halt einen Static Site Generator, der eben meinen Markup, in dem Fall ASCII-Doc, unterstützt. Vier habe ich mal rausgesucht. Es gibt so eine Seite staticgen.com. Da sind ungefähr 250 Static Site Generators drauf. Und leider steht da nicht dabei, welches Markup sie verwenden. Jekyll ist recht bekannt, hat auch sehr viele GitHub-Stars, 37.000, ist in Ruby geschrieben, kann mit dem Plugin ASCII-Doc rendern, beißt sich aber erstmal mit dem Style Sheet. Und als Java Entwickler brauche ich dann erstmal Ruby, was ich dann zum Beispiel über Docker reinziehe. Funktioniert sehr gut. So die ARC42-Seiten und so sind damit gebaut. Aber Hugo ist so ein Site Generator, der ist gerade so sehr im kommen. 34.000 Stars. Ist sehr schnell, weil in Go geschrieben. Mit Plugin unterstützt der ASCII-Doc. ASCII-Doc ist dann extern angebunden, wird immer wieder aufgerufen. Bremst Hugo aus. JBag, momentan mein Favorit. Ist in Java geschrieben. Gibt es als Maven, als Gradle, als SBT-Plugin, als Library, als Kommandozeilen-Tool. Kann Groovy als Template-Sprache verwenden. Dadurch ist es sehr flexibel, weil ich in Groovy ja auch Java verwenden kann und damit mein Know-How einsetzen kann. Und ich kriege sehr gute Ergebnisse raus. Antora ist nicht auf GitHub, sondern auf GitLab. Deswegen ist bei Static Gen nicht aufgeführt. Deswegen habe ich da dieses Profil nicht. Antora ist das Tool von Dan Allen, dem Maintainer von ASCII-Doc, der eben auch gesagt hat, irgendwie müssen wir diese Dokumente zusammenbringen und müssen die ganzen Needs, die ich an so einer technischen Dokumentation habe, erfüllen. Und er geht zum Beispiel so vor, dass er in Antora ein Git-Client drin hat. Das heißt, wenn ich jetzt ein verteiltes Projekt habe, dann kann sich das Tool einfach an die verschiedenen Repositories connecten, die Dokumentation rausziehen. Und Antora kommt auch mit Versionstags klar. Es kann damit umgehen, kann die Dokumentation für verschiedene Versionstags bauen und auch unterschiedliche Versionen untereinander verlinken. Was ich bei Antora noch nicht gesehen habe, ist sowas wie ein Weblog oder eine Landingpage, die müsste man dann selbst aufbauen. Mit JBake, das ist jetzt so ein Beispiel, was ich mitgebracht habe, eine Landingpage. JBake basiert als HTML-Grundlage auf Bootstrap, Twitter Bootstrap. Und dadurch kann ich eben so eine Landingpage super einfach aufbauen. Die baue ich direkt in HTML auf. Eine ASCII-Dokumentation ist perfekt gerendert. Das CSS von dem ASCII-Doktor und Bootstrap kommt sich fast gar nicht in die Quere. Die Navigation links, das war ein bisschen Styles hinzufügen und dann hat das auch funktioniert. Testergebnisse, in dem Fall das HTML-Sanity-Check von dieser Microsite an sich selbst. Das heißt, es wird generiert, nachdem die Site generiert worden ist. Deswegen ist das jetzt hier als iframe reingezogen. Funktioniert auch prima. Weblog funktioniert. Und damit habe ich meine Microsite. Ich kann dann neben meinem Java-Source der Dokumentation eben auch noch einen kleinen Folder haben, wo ich die Site drinnen beschreibe, die Navigation beschreibe und dann aus den verschiedenen Seiten wieder rüber auf die Dokumentation referenziere, um dann eben so eine Microsite aufzubauen. Super, super klasse. Wer jetzt nach dem ganzen Vortrag sagt, schön und gut, hört sich aber sehr komplex an mit diesen ganzen Skripten und Build-Steps und und und, dafür gibt es das Doctoolchain Open-Source-Projekt. Das ist mein Projekt, was ich dann irgendwann mal angelegt habe, wo ich gesagt habe, okay, meine Skripte sammle ich da mal. Und der Kern hier ist ASCII-Doktor, das ASCII-Doktor-Plugin für Gradle. Ich benutze Gradle als Build mit vorkonfiguriert Plant-UML, also dem Diagramm-Plugin und dem PDF-Plugin, sodass ich verschiedene Ausgabeformate erzeugen kann. Einfach out of the box. Ich baue meine Dokumentation immer auf ARC42 auf. Da gibt es auch einen kleinen Schritt, der mir die Dokumentation oder das Template in der richtigen Sprache reinzieht. Muss man aber nicht verwenden, wenn man keine Architekturdokumentation macht. Und auf der linken Seite dann verschiedene Exportschritte für verschiedene Tools. Und ihr seht, da sind noch ein paar Tools drin, die ich jetzt noch nicht angesprochen habe, also Visio, PowerPoint und so. Kann man alles automatisieren, kann alles rausziehen und somit einfach in die eigene Dokumentation einbauen. Ja, und das heißt, dieses Hauptproblem der Open-Source- oder generell Software, dass die Dokumentation schlecht ist, ist mit diesem Ansatz hoffentlich kein Problem mehr. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Fragen? Keine Fragen? Ja? Ja, das ist eine Frage, die kommt relativ häufig auf. Es kommt ein bisschen darauf an, wie ich die Dokumentation generieren möchte. Ein Ansatz, den ich mal erlebt habe, ist, dass jeder Microservice das Skript, um nach Confluence zu publishen, drinnen hat und eben seine eigene Seite jeweils aktualisiert mit jedem OnChange. Und dann wird in Confluence die ganze Dokumentation angesammelt. Und dann muss man halt wissen, okay, wie heißen die Confluence-Seiten, dass ich daraus verlinken kann. Das andere ist, dass ich so wie bei Antora zum Beispiel, dass Antora überlasse, dass es zum Bauen der kompletten Dokumentation auf die verschiedenen Repositories zugreift. Und Antora, den Allen hat da eben auch diesen Use Case gemerkt und hat sich überlegt, wie kann man diese Verlinkung zwischen verschiedenen Modulen aufbauen. Und da gibt es tatsächlich ein, ich glaube, Komponenten-Modul-Konzept, dass man eben nicht mit den Pfaden arbeitet, sondern eben sagt, jetzt verlinke ich auf Komponente X, davon Modul Y und dann baut Antora das zurecht. Wenn man nicht Antora verwendet, verwende ich ganz gern Git-Sub-Modules, um in einem Haupt-Repository die anderen reinzuziehen und dann ist es wieder der Punkt, dass man eben wissen muss, wohin man verlinkt. Weitere Fragen? Ich stehe auch für Fragen gleich gern noch zur Verfügung. Ich habe ein paar Aufkleber mitgebracht zu den verschiedenen Tools und ein paar Giveaways. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.